Ja, moin moin liebe Leute, hier ist Dietmar von tarif.de und dieses kurze Beispielvideo hier drehe ich mit dem sehr, sehr neuen Xiaomi 12X und zwar mit der Hauptkamera im Automatikmodus in der allerhöchsten Videoauflösung, die hier möglich ist und zwar ist das auch nicht weniger als 8K mit 24 Bildern pro Sekunde. Die Hauptkamera hat einen optischen Bildstabilisator insofern gibt es jetzt hier eine optische Bildstabilisierung. Es gibt auch noch einen elektronischen Bildstabilisator, der ist jetzt allerdings nicht aktiv, der geht nämlich maximal bei Videomodi mit 4K bis 60 Bildern pro Sekunde. Ja, ich nutze wie immer die internen Mikros und teste natürlich das Xiaomi X12 auch gerade auf Herz und hier ein sehr schönes, interessantes, kompaktes, vor allem sehr kompaktes, handliches Smartphone und wenn ihr Interesse habt am kompletten Test zum X12X von Xiaomi, dann schaut mal auf meinem Testkanal, da steht der Test nämlich schon online. Das war es mit diesem kurzen Videoeindruck hier in der maximalen Videoauflösung, damit grüße ich euch und sage Tschüss, bis bald.